Musik Wir sind die Alten, wir sind das Silberschild-Team ab 50 aufwärts. Wir spielen in der sogenannten Seniorenrunde und haben das Silberschild-Turnier seinen Städtevergleich. Wir sind nominiert, wir freuen uns darüber, das ist eine tolle Sache. Wir wissen, dass wir im Konkurrenz der Jungen natürlich nicht die große Chance haben, aber wir appellieren an euch, dass ihr den Alten, denn das ist ja die letzte Chance, die wir haben, dass ihr den Alten einfach nochmal die Nominierung durchgibt und dass wir dann dabei sein dürfen. Verrate mir doch mal bitte, wen soll Berlin denn jetzt um Gottes Willen wählen? Berlin wählt den dreifachen Silber-Pokal-Gewinner, den Silberschild-Gewinner. Es ist unsere letzte Chance, wir sind die Alten und wir brauchen den Pokal. Du willst gewinnen. 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 Mit einem einfachen. Be Berlin. Medien. Ja. Da. misereLA